Hallo, mein Name ist Stefan Bücker, ich bin einer der Senior Advisor bei Pixel Vision und wir haben heute hier den Kursstart 2020 für die Juli-Klasse. Das ist wirklich der erste Kursstart seit Corona, wo wir insgesamt 31 neue und top motivierte Studenten begrüßen, die sich bei uns zum 3D Visual Effects Artist ausbilden lassen. Ich bin Kerstin Tillmann und der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, hier eine Ausbildung zu machen, ist auf jeden Fall. Ich bin furchtbar fasziniert von Film, Gaming, allem Visuellen. Ich finde es einfach toll, wie Welten kreiert werden können, die es nicht gibt oder wie Dinge inzwischen auch so realistisch dargestellt werden können, dass man gar nicht mehr merkt, dass die nicht echt sind. Ich freue mich sehr auf die Ausbildung und das alles zu lernen. Mein Name ist Luca Boissy, ich bin hier bei Pixel Vision, weil ich gerne Visual Effects Artist werden möchte. Aus dem Grund, dass ich einfach schon von früher auf sehr fasziniert war, mit Horrorgestalten und Kreationen, die sich niemand ausdenken könnte nach meinem Bewusstsein und ich wollte schon immer wissen, wie das geht. Beim Tag der Öffnen Tür war ich absolut überzeugt davon, hier anzufangen, vor allem nach dem Workshop auch, weil das Personal unnormal, freundlich war und offen und man hat sich sehr angesprochen gefühlt. Total lockere Atmosphäre und ich habe das Gefühl, hier kann man sehr gut lernen. Ready? Let's go! Ich bin Hanna, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Dortmund und ich habe Pixel Vision entdeckt auf einer Schulmesse, habe mir eigentlich am Anfang nicht wirklich viel dabei gedacht, aber als ich mich da mit einer Schülerin unterhalten habe, wurde mir klar, dass das eigentlich genau das ist, was ich machen will, weil ich habe eigentlich schon seitdem ich sehr jung war, habe ich versucht, einen Weg zu finden, um andere Menschen an diesen Bildern in meinem Kopf teilhaben zu lassen. Ich hatte nie wirklich gedacht, dass ich das machen könnte, weil ich habe kein besonders großes Talent zum Zeichnen oder Malen oder Kunst, war nie mein bestes Schulfach, aber man hat mich zu einem Workshop eingeladen, ich habe da fünf Stunden verbracht, ohne dass ich wirklich mitgekriegt hätte, also das war eine mega Erfahrung und ja, für mich gab es danach auch nicht mehr großartig eine Alternative. Ich bin mega aufgeregt, freue mich total hier zu sein und hoffe, dass mich das dahin bringt, wo ich hin möchte. Ich bin mega aufgeregt, wo ich mich zahe etiquette habe, Ich muss mich, schief aber nicht mehr aufgeregt, dass ich nicht vieles alleine habe, aber ich kann schon mal draufhalten, dass ich nicht mehr zu sagen würde. Ich bin mega ...